Ich bin in Gemini, Waits. Die gesamte Einrichtung muss mit Strom versorgt werden. Es gibt einen Lastenaufzug, den Sie nehmen müssen. Aber er ist nicht mehr in Betrieb, seit Sieg's in Gemini die Gelder gestrichen hat. So, stellen Sie den Zugang zum Vertrieb wieder her. So, fantastisch. Hust, hust. Okay. Speichern wir mal das Game. Sind wir nach einem Treffen immer gleich tot? Achso, nach einem Treffen. Naja, also du kriegst halt einen... Also du stirbst nicht, aber du siehst, was wir an Leben verloren haben. Also über die Hälfte. Also. Oder war das die Ladeanimation? Für das nächste Gebiet. Ähm, ja, wir sind, ja. Ja. Ähm, wir sind quasi... Wir sind im nächsten Areal. Wir sind jetzt nicht gestorben. Okay, alles klar. Ähm, lass mich kurz orientieren. Wunderbar, hier ist die Rezeption, dann geben wir mal hier einfach rein. Na, perfekt. Alles klar. Gut, ein bekanntes Gesicht zu sehen. So. Oh, das sieht ja krass aus. Das sieht ja krass aus. Sieg sind versucht seit Jahren die gesamte Ausstattung zusammen mit Sebastopol zu verkaufen. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug Geräte jetzt wartet. Heißt also, ähm, hier sind wieder alle Hiwis gegen mich, oder? Was meinen die mit? Ist noch voll aktiv. Na, so, kann man nochmal? Ja. Einmal rasteln bitte, Geräuschmacher. Immer gut, brauchen wir definitiv. So, können wir doch eigentlich gleich den nächsten hier bestücken? Oder auch gleich bauen, ist natürlich noch besser. Sehr schön. Zwei Stück. Perfekt. MP-Mine. Oh, das können wir hochbauern. Und hier gehen auch wieder viele. Von dem Stuff rein, und das wollen wir ein bisschen Platz haben. Cool. Alles klar. Okay. 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 Nichts ist okay. So, erst mal hier verstecken. Verstecken. Ja, und das Ehen weiß jetzt, dass wir hier sind. Das ist Käse. Scheiße. Also, diese kleine, sehr kleine Kamera-Pieper hat schon ausgereicht, damit das Ehen weiß, wo wir sind, ey. Tja, sind wir am Arsch. Okay. Okay, schon mal. Eigentlich dürfte er es uns jetzt nicht sehen. Hoff'n. 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 Seher. Okay. Jetzt springt aber sofort aus dem nächsten Lüftungsschachtel hier raus. Also, damit haben wir uns jetzt kein Gefallen hier getan. Also, die können wir. Ah, Mist. Tatsächlich, ja. Ich spiel so ja mit dir. Wir danken jetzt nochmal kurz zu Laden, ey. Oh, jetzt hört es sich eigentlich recht ruhig an. Die Frage ist nur halt, wie weit geht die Kamera? So, weil die hat uns erfasst. Wenn ihr uns jetzt nochmal erfasst, ist der doch wieder gleich da. Also, wir müssen natürlich jetzt irgendwie da halbwegs zur Kamera und drunter durchzukommen, wahrscheinlich. Jetzt steht der Ehen gleich hinter mir. Ah, wahrscheinlich können wir hier an dem Energieknotpunkt. Vielleicht kann man so ja auch schalten. Bitte, 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 bitte. Ja. Okay, mal. Sehr schön. Oh, hier ist der Plasmarschneider. Na, aber hallo, Schönheit. Schönes Ding. Hallo, hallo, Plasmarschneider. Bitte, Alien, höre das nicht. Das wäre so super toll. Und erst... Oh. Wie ist aber du es da? Mit Karte? So. Versteck mich mal eins kurz. Und werfen wir auf die Karte. Wo müssen wir hin? Was müssen wir tun? Okay, wieder raus aus dem Raum und... Entweder kommen wir hier rein. Oder vielleicht hier über einen Schacht oder so. Stellen Sie den Zugang zum Vertrieb wieder her. Na, das kann jetzt nicht so schwer sein. Wenn wir Ruhe haben. Wenn wir Ruhe haben. Oh, hier ist jetzt die Frage. Ich glaube nicht, dass der uns jetzt noch... ...freundlich hier sind, ist. Der Heavy. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Sag mal so. Welche Sicherheitsprotokolle aktiviert wurden? Mal auf Termine zu greifen. So. Freigabe. Sixen-Finanzierung. Mit Bedauern teilen Sie den Sixen mit, dass Gemini Exoplanet Solution keine weitere Finanzierung erhalten wird. Sixen trägt keine Verantwortung für die laufenden Verträge von Gemini-Personen an. Bitte sprechen Sie mit Ihren Vorgesetzten über die Stilllegung der Anlage und was dies für Sie bedeutet. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle persönlich für die mit uns verbrachte Zeit danken. Das kann man sich ja nochmal in den Haaren schmieren. Die Wartungssysteme. Stromversorgung. Einige von Ihnen haben nach einer Unterhaltung mit dem Manager Fragen hinsichtlich der Stromwiederherstellung. Sollte Strom im Vertriebsbereich benötigt werden, wie etwa in Notfällen, können Sie auf die Wartungssysteme mit diesem Code zugreifen. 8 8 9 7. Hinweis. Dies erfordert weiterhin Absprache mit Ihren Vorgesetzten und darf nicht unautorisiert durchgeführt werden. Mit freundlichen Grüßen. Gehante. Serviceanfrage. Bitte wählen Sie den Dienst. Wartungscheckauftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Wie wird das? Ein Wartungs-Android ist gar nichts. Ah, nein. Warum? 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 Wozu? Das ist doch Quatsch. Was soll der denn jetzt hier? Warum hat er das gemacht? Warum wird die Musik so schlimm? Ah. Keine Ahnung, warum ich die Serie nicht früher geguckt habe. Hammer. Aber jetzt wieder da. Leben wir noch? Ja, wir leben noch. Wir haben gerade Kontakt mit dem Alien gehabt und der Flammenwerfer hat sich als äußerst effektiv erwiesen, um den Biest auf jeden Fall kurz zu verscheuchen. Ja, wir leben. Noch. Ach, Mann. Oh, jojo. So, aber Benni bezahlt dich heimlich dafür, oder? Um mir so eine kleinen Seitenhie wieder zu verpassen. So, neben mir steht jetzt hier so ein Android irgendwie am Rechner und wartet hier irgendwie auf dem Bus oder wartet gerade. Keine Ahnung. Lädt nicht weg. Wir behalten Details im Auge, sodass nichts an Ihnen vorbeizieht. Soll ich einfach raus gehen? Oder geht einfach raus? Ah. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Warte mal. Glaube. Wir müssen ja in den Raum nehmen an und da steht er. Und wahrscheinlich können wir ihn damit hierher locken und haben drüben Ruhe. Warum ist denn jetzt der Fieder? Wieso? Ist doch nichts zum Verstecken und nichts. Scheiße. No, klar. No, klar. Scheiße. Schieße ihn auf von diesem Tisch. Bitte geh jetzt nicht rechts lang. Oh, Schwein gehabt. Richtig Schwein gehabt gerade. Alter. Hey, schon zweimal heute im Spiel richtig Schwein gehabt. Also, der Schwein hat es verstanden. Der Glück hat es verstanden. So, aber wahrscheinlich wird der Androidi jetzt hier am Start sein. Weil, die Oben wird sich jetzt nicht um den gekümmert haben, oder? Glaub ich. Weiß nicht. Wir schauen mal. Hallo? Hiwi? Dann zieht es gleich. Ähm. Dave, mal eine kurze Frage. Diese Büchsen, wenn ich die berühre. Hört das eh in das? Alles, was Lärm macht. Macht Lärm. Die Sprachen wie Yoda. Alles, was Lärm macht. Macht Lärm. Ah, okay. Hat er mich jetzt hier gesehen? Die Musik sagt ja. Die Musik sagt definitiv ja. Er hat mich hier gesehen. Aber er geht weg. Gut, okay. Ich würde ihn einfach mal weglofen lassen. Ich hoffe, er läuft weit genug weg. Irgendwie, damit ich kurz an den Rechner nach vorne anfühle. Hier war der Code 7798, ne? Er ist ja nicht weg. Er ist ja nicht weg. Er ist hier bloß eine Runde rumgelaufen. Oh, ich sterb hier tausend Tode, ey. Okay. Okay, lass kommen. Ich... Geht er weiter? Ich möchte jetzt nicht an den Rechner gehen und der Typ dreht sich um und... Wir machen die jetzt tot. Ja, siehst du, siehst du? Martin! Grüß dich! Ich kack mir hier schon gerade wieder die Buchsen voll hier. Alter! Hau jetzt ab da vorne, los! Geh weg! Das ist doch bloß eine Frage, meine... Ey, Dave, mal eine kurze Frage. Ist der mir überhaupt feindlich eingestellt? Verstecke ich mich jetzt hier völlig umsonst von ihm? Baller die ab? Kann ich nicht, Alter. Sobald ich keine Feuer eröffne, irgendwie weißt das eh sofort, wo wir sind. Und dann rasiert er mir einfach die Birne weg. Einzel? Ne, in meinen Augen könnte er... Könnte man das erkennen. Okay, also das weiß er auch. Wir probieren es jetzt einfach. Weg tot, weg tot. Was soll ich? Na, 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 na. Ah, okay, Stromversorgung. Äh, die Vertriebsabteilung ist überflüssig und wird demnächst außer Betrieb genommen. Ah, wir werden die Stromversorgung des Bereiches zeitlich angepasst reduzieren, da er für Betriebszwecke gebraucht wird. Wir fragen, wenn Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten... MFG... Gehunter. Fehler, Fehler, Fehler. Strom wiederherstellen. Okay, auch klassischer Fall, wie er rumgeeiert hier vor den Typen irgendwie und... Versteckt, versteckt, versteckt. Völlig sinnlos. Völlig sinnlos. Kann ich hier hoch? Geh mal hier hoch. Oh, der versteckt dich, finde ich. Ja, wenn er kommt, das ist... Das ist... Warst du letztes Mal mit dabei, wo ich dachte, komm, ich verstecke mich im Lüftungsschacht? Und dann kam mit dazu kuscheln. Hat's gemacht. Das war die Folge, wo ich tausendmal stammel bin. Tausendmal, Alter. Tür verschlossen. Okay, gut. Geht dann mal wieder runter. Gut, okay. Also, wir haben den Strom im Vertrieb wieder eingeschaltet. Das ist ja schon mal ganz gut. Dieser gigantische Weg. Betätigen Sie den Leistungsschalter. Ja, Leistungsschalter. Analyse. Okay. Na dann, machen wir doch mal. In der Hoffnung, dass wir nicht drauf gehen. Was geht denn hier hin? Depot. Nochmal hier lang. Nein, aber völlig falsche Waffe. Völlig falsche Waffe. Da. Hier war man hier drin in dem Raum hier, wach? Ah, das kann überall sein. Nein, ich kann das schon wieder sehen. Der kommt da gleich wieder raus. Der kommt da gleich wieder raus. Oh, speichern. Ja. Speichern. So, einmal speichern gegen rechts. Wunderbar. Auf geht's. So, okay. Ich sehe jetzt hier auch keine Lüftungsschächte. Ich hoffe, dass es jetzt hier nicht einfach an die Schisten kommt. Was denn jetzt? Na, wie? Hör auf! Na klar. Nackt. Panik, Panik. Puls auf. 200. Wo ist das hin? Das ist ja weg. Oh. 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 Leiser. Leiser. Das Schlimme ist, das bringt mir überhaupt nichts. Das ist gleich wieder da. Ich kann mich hier nirgendwo verstecken. Wunderbar. Mano. So. Da ist er. Da ist er schon wieder. Und ich... Nun bewegt er sich nicht, ja. Diese Dreckvieh. Diese Mistvieh. Diese scheiß Bewegungsmelder, wie der Name schon sagt, funktionieren... Nur Bewegung. Ey, ich werde dieses Spiel nie durchspielen. Das wird 10 Jahre dauern, glaube ich. Komm einfach nicht hinter Kisten vor, hier. Ich geh gar kein Poker hin, Alter. Ich geh mich ständig nur verstecken. Ist das jetzt durch den Lüftungsschacht abgehauen? Ja, Death Stranding wird auch ungefähr so 10 Jahre bei mir dauern. Klubbeck dir. Klubbeck dir. Verstehe vollkommen. Okay. Ich würde jetzt mal vorsichtig sagen. Wir sind so halbwegs wieder safe. So für die nächsten 40 Sekunden. Alter, die Mucke. Die Mucke. Komm, hör auf. Warum kann ich nicht in der Leistungss... Warum kann ich... Warte, 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 warte. Was ist denn los? Warum stresst die Musik denn jetzt so krass ab? Oh, ey, Leute. Okay, scheinbar muss ich hochklettern. Boah. Einmal wieder komplett durch. Wieder komplett durch. Okay. Ich sehe Benni förmlich... bei der Postproduktion im Schnitt sitzen, wenn er nicht gerade irgendwie zuguckt und sagt so... Ja. Hi Zukunfts-Benni. Viel Spaß damit. Ach Gott, ey. Wisst du, über mich lacht er denn immer, wenn ich pro Tag immer tausend, tausend Haare... Ja, Satz baue. Heute eine ganz schwierige Kiste. Und der lacht mich immer aus. Irgendwie, wenn ich in den See habe ich mehr graue Haare. Jetzt wisst du auch, wieso. Der sagt immer, spiel doch mal detta, spiel doch mal detta, spiel doch mal detta. Aber es ist auch wirklich geil. Man kann es ja nicht anders... Ich fluch jetzt hier zwar die ganze Zeit rum irgendwie, aber es ist wirklich mega... Mega geil, das Spiel. Kann man echt nicht anders sagen. So, und die Kamera darf ich nicht rein. Ansonsten... Alarm. Wenn Alarm, dann Alien. Wenn Alien, dann tot. So, okay. Das ist eine unmögliche Mission. So. Hier werden wir so bestimmt hier ausschalten können. Sehr schön. Hervorragend. Ah, okay. Alles klar. Dachte schon, da kann ich nicht mehr diese Ehen-Schnattern-Hirn hier. So schnauern. Zwischen. So, ich... Ah, okay. Da vorne muss man das ausschalten. Hallo? Hier arbeitet der Vertrieb. Das ist eine Vertriebs-Arbeitsstätte. Aus wie eine Produktionsstätte. Ich sag mal so, würde ich jetzt nicht so gerne reinieren wollen. Würde ich nicht so gerne reinieren wollen. Übrigens, ihr Lieben, kann ich euch sehr, sehr wärmstens empfehlen, mal bei Martin in den Stream reinzuschauen, wenn er Death Stranding spielt. Sehr, sehr geil. Spielgeil und Martin ist ultramäßig unterhaltsam irgendwie dabei. Ich muss auch mal sehr viel lachen. Weil er ist natürlich halt... Er ist halt auch so ein Natural-Born-Gamer irgendwie, aber ist natürlich halt auch... Er macht halt auch Fehler ohne Ende. Genau wie Eke irgendwie und steht dann da und ärgert sich. Sehr sympathisch. Schaut mal ruhig vorbei. Würde jetzt gerne mal ein Shout-Out machen irgendwie, aber... Ich weiß nicht, wie das geht. Das macht Bälle hier noch. Soll ich jetzt hier wirklich rennen, die Bluttiere? Oh, ich will. Ah, scheiße. Geh mal rennen, komm. Kostet die Welt. Ah, weiß ich nicht, Alter. Weiß ich nicht. Ah, hast du sich noch hierher gerettet? Die Linnsee... Ja, das ist ein Shout-Out der Guni. Ja, ja. So war der Plan. Habe ich jetzt... Ich habe doch jetzt aber keine Schlüsselkarte, die ich gefunden habe. Das war doch jetzt bloß einfach hier so ein... Collectible, ne? Irgendwie. Und es ist hier He's here with no fear Und der Trügerische ist ja wirklich Ich bin ja hier drin nicht sicher Ich bin ja kein bisschen sicher, ich kann hier hinaus rin kommen Okay, jetzt hört es sich so an, als wenn es wieder Ist aber noch draußen, ey Ja, ich hab's natürlich jetzt mit dem Flammenwerfer irgendwie angepisst Irgendwie, es ist natürlich hochgradig aggressiv jetzt irgendwie Und geht natürlich nicht in seinen entspannten Modus zurück Verdammt Und kommst du denn, kriegst du denn Hier ist doch Steht doch einfach weg Dave, reagiert das eh in auf den, äh, 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 Bewegungsmelder hier? Auf das Piepsen? Ich glaube, ich hab das gestern schon gefahren Oh Mann, ey Dave, ey Echt jetzt? Ach, scheiße Oh Mann So, geile Antwort Piep, piep, piep Was denkst du? Großartig, schön Nicht geil, aber So, okay Dann, auf in die Analyselabors Äh, war, warum Äh, das wurde für Ratten entwickelt Äh, nicht eins Wie geil, hör Ach, ja Dann magst du recht haben, magst du recht haben Schön ist aber nicht Also man hofft ja natürlich immer noch so Man hofft ja das Beste So Einmal safe Für Dave I only safe for Dave Okay, gut Das ist jetzt ein richtig weiter Weg Hier vorne komm ich nicht rein Komm ich hier jetzt nur nicht durch Weil ich mich Also könnte ich hier vielleicht eventuell mit dem Plasma-Cutter durch Da müssen wir mal gucken Da schauen wir mal nochmal nach Da gehen wir nochmal direkt investigativ rein Nein Ist zu So, Mist Ach, das wäre auch zu einfach So, muss man jetzt kurz gucken Hatte ich eigentlich hier den Hiwi gelootet Der mich hier gegrabbelt hat Der Penner Musik wird wieder richtig anstrengend Habe ich doch Oh nein Jetzt müssen wir hier auch wieder hier hin zurück Wenn ich den jetzt noch nicht aktivieren kann Ja, wie gesagt Hier ist halt einfach ab und zu Ein bisschen Backtracking in dem Game Ja, ich weiß gar nicht Irgendwie Bin tatsächlich so ein bisschen unschlüssig Ich kann ja mal einfach die Frage in den Chat mal stellen Irgendwie Ich würde natürlich sehr gern das Projekt hier auch auf YouTube raushauen Wie seht ihr das? Sollen wir das als Serie machen irgendwie? Oder sollen wir das als Einzelprojekt raushauen? Also quasi als Full Game Weil wir haben halt tatsächlich so gemerkt Irgendwie wenn wir über eine Woche lang irgendwie ein Projekt raushauen Was pro Tag zwei Stunden geht Keiner von euch hat jetzt irgendwie zwei Stunden Zeit sich das anzugucken jeden Tag Irgendwie um da durchzukommen Irgendwie Deswegen habe ich so gefühlt Und eher das Gefühl Dass Full Games so vielleicht ein bisschen besser kommen Mal von dem persönlichen irgendwie Von dem persönlichen Vorlieben mal abgesehen Irgendwie ob der ihn jetzt mehr Lieber Full Game oder lieber Folge mag Aber wie würdet ihr das sehen? Irgendwie Ist mir natürlich jetzt auch eure Meinung wichtig Ich denke natürlich auch Dass ihr jetzt irgendwie Wenn ihr das jetzt hier gerade mit mir durchsteht Jetzt nicht unbedingt gleich nächste Woche sagt Das gucke ich mir jetzt auch geil Alles nochmal an hier Die ganzen 28 Stunden hier So Jetzt kriegt ihr gerade nicht auf die Kette Warte mal Da ist die Kamera Ach ja je Und da drüben ist Ach du Das ist ja blöd Das ist ja doof Okay Jetzt müssen wir mal warten bis er hier durch ist Und dann rüber zischen Kas auch Aber Und dann Ski Bis zum nächsten Bye So Bye 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 Be Vielen Dank.